Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr wisst es, ich bin kein Anlauf- oder Finanzberater, ich habe keine Glaskugel vor mir stehen und natürlich über all das, was ich spreche, soll keine Kaufempfehlung darstellen. Als allererstes vielen Dank wieder für die zahlreichen Abonnenten, nur noch ein paar und ich habe die 11.000 Abonnenten-Marke geknackt, also vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch und dass es auf jeden Fall so weitergeht mit meinem Kanal und natürlich auch mit AMC. Und was können wir sagen, was gibt es aktuell für Nachrichten? Bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, denn die eine oder andere Nachricht wird euch auf jeden Fall interessieren und heute, man konnte bei Lang & Schwarz, ihr wisst es ja mittlerweile, am Sonntag auch handeln, einen ganz, ganz minimalen Anstieg von 0,01 Prozent. Warum? Ihr seht es schon hier, Volumen minimal gewesen. Nichtsdestotrotz, dieses Volumen oder diesen Wert am Samstag, Sonntag bei Lang & Schwarz kann man nicht wirklich auf den Montag projizieren, denn dieses hat kaum Einfluss auf die Wochentage beziehungsweise auf den darauffolgenden Tag am Montag. Ich werde heute auf jeden Fall auch noch eine Prognose für die kommende Woche abgeben. Ihr wisst ja, morgen hat die US-Börse geschlossen. Die einen sagen schon, oh Mist, langes Wochenende. Ich komme aber direkt am Schluss des Videos auf jeden Fall noch über meine persönliche Prognose für diese Woche zu sprechen. Am Freitag, wir hatten ja knapp über 44 Dollar geschlossen, 44,02 finde ich persönlich wirklich sehr stark. Wir haben es versucht, über 45 Dollar zu schließen. Hat nicht ganz so geklappt, aber 44 Dollar ist auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Schritt. Dann gab es die Nachricht über den neuen Marvel-Film. Der hat jetzt Rekorde gebrochen und ich weiß, fundamental, AMC ist eigentlich Blödsinn, darüber zu sprechen. Ich kann nur selber sagen, es ist natürlich immer noch besser, dass ein Film gut ankommt, dass das Unternehmen Umsätze macht, als dass das Unternehmen einfach keine Umsätze macht. Und ja, also fundamental ist eigentlich eher zweitrangig bei AMC. Nichtsdestotrotz ist es natürlich super, dass es aber richtige Umsätze einfährt. Das ist das eine Thema. Dann das nächste. Dieser Screenshot ging ja heute durch die Medien, durch die Social-Media-Webseiten und da wurde sehr viel drüber spekuliert und gesagt, ja, jetzt greift Gary Gensler durch. Nein, das ist absolut falsch, denn das soll bedeuten, es wäre mal schön, wenn wir diesen Satz oder diese Sätze von Gary Gensler mal hören würden. Also ganz wichtig, das ist ein Riesenunterschied, ob er es so gesagt hat oder wenn wir uns, oder als ob wir uns es wünschen würden, dass er es so sagt. Ich halte da natürlich auch sehr viel von. Also es sollten die, ja, Short-Positionen sollten innerhalb von einer Woche gedeckt werden und Face-to-Deliver wird nicht mehr länger toleriert. Wäre natürlich super, wenn das morgen auf einmal so wäre, wird aber höchstwahrscheinlich nicht passieren. Ich kann nur sagen, Gary Gensler, er steht sehr stark in der Öffentlichkeit. Er muss handeln. Er wird handeln. Er hat viele Gesetze auf den Weg gebracht. Die müssen jetzt umgesetzt werden. Da komme ich auch noch gleich zu sprechen, da eine wieder verschoben worden ist. Ja, er ist natürlich im Zwiespalt. Einerseits muss er gucken, dass nicht die ganze Finanzindustrie zusammenfällt. Andererseits muss er natürlich auch für Manipulation oder gegen Manipulation da sein. Und das ist jetzt gerade so sein Problem. Die Finanzbehörden oder die Börse ist gerade in einer Situation, die so wahrscheinlich nie wieder kommen wird. Und er muss die richtigen Schritte unternehmen. Dann gab es ja wieder einmal, bin ich ein bisschen mysteriös, zum Wochenende wieder die Nachricht mit den brasilianischen AMC-Aktien. Ich will da gar nicht großartig drauf eingehen, denn das Einzige, was hier wirklich interessant ist, also es ist nichts Illegales, ist der Punkt, was bedeutet das jetzt für die Privatanleger? Das bedeutet, dass etwa das Doppelte der ausstehenden Aktien in Offshore-BDRs umgewandelt wurden. Dies bedeutet, dass diese Aktien nicht mehr von einer Institution gedeckt werden müssen, die sie ursprünglich geschaffen hat. Lasse ich einfach mal so in den Raum stehen, denn ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich so ist. Ich will es aber auf jeden Fall ansprechen. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich mache morgen, gehe ich dann darauf ein. Ich finde es halt, wie gesagt, nur ein bisschen merkwürdig, auch mit Amazon gestern die Nachricht. Dann jetzt wieder mit Brasilien, dass das alles am Wochenende passiert und nicht wirklich unter der Woche. Und vor allem, dass ein Thema jetzt auch zweimal schon auf den Tisch kommt. Ich wollte auf jeden Fall, dass ihr das so mitbekommt. Ja, dann FINRA CUT-System ist ja online gegangen. Das bedeutet, dass jede Aktie kann oder wird nummeriert und diese kann nachvollzogen werden. Ist jetzt ja online, so würde ich es mal sagen. Und dadurch sollen wohl diese extremen Unterschiede, Zeitunterschiede bei Ortex sein mit sehr extrem unterschiedlichen Zahlen. Warum? Weil diese dann wieder gemeldet worden sind. Und ich bin mal gespannt, wie es hier tatsächlich weitergeht. Also wenn jede Aktie eine Nummer bekommt und diese von Anfang bis Ende nachvollziehbar gemacht werden kann. Dann ist das auf jeden Fall wieder einmal ein gutes Argument für die AMC-Aktie, für uns. Nichtsdestotrotz glaube ich aber auch, dass die Hedgefonds hier wieder mal eine Lücke finden werden. Aber Gary Gensler wird sich hier nicht mehr alles bieten lassen. Da bin ich wirklich fest davon überzeugt. Und an alle, die sagen, Gary Gensler, das stimmt nicht und ich wurde gekauft oder sonst was. Nein, auf gar keinen Fall. Und Gary Gensler kann sich auch aktuell keinerlei Fehler erlauben. Natürlich, es ist eine Aufsichtsbehörde und die müssen stichfeste Beweise haben, um wirklich vorgehen zu können. Dann die Regel, die eigentlich ja jetzt umgesetzt werden sollte, wo habe ich sie? Hier ist jetzt verschoben werden worden auf den 10. November. Warum ist diese verschoben worden? Ich glaube einfach, um nicht das ganze Finanzsystem zu vernichten. Das bedeutet, wir haben wieder Zeit nachzukaufen. Ihr wisst, ich kaufe auch jeden Monatsanfang nach und das machen viele von euch auch. Und es werden wieder viele neue Apes dazukommen und sie versuchen bis dahin einfach irgendwie etwas hinzubekommen, dass das Finanzsystem nicht zusammenbricht. Und warum verschieben sie sowas? Weil sie ganz genau wissen, dass wenn diese Regelung eintreten würde, dass wir hier definitiv extreme Kursanstiege sehen würden. Ist meine persönliche Meinung. Ich könnte auch falsch liegen, gar keine Frage. Aber wenn man sich das einfach mal ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, dann kommt man eben auf diese Sache. So, und jetzt komme ich einmal zu meiner Prognose, wie wir jetzt diese Woche aussehen. Morgen werden wir einen grünen Tag sehen, definitiv, weil die amerikanische Börse hat nicht geöffnet. Was wird Dienstag passieren? Dienstag nach Börseneröffnung der USA wird es dementsprechend der Kurs nach unten gehen. Warum? Viele Daytrader nehmen ihre Gewinne mit, werden verkaufen. Und dann wird sich der Kurs aber relativ schnell einpendeln. Und wenn man nach diesem Zyklusprinzip geht, was man jetzt öfter gehört hat, oder diese ganzen bullischen Anzeichen, die gegeben sind, dass wir auf jeden Fall um die 50 Dollar kämpfen werden. So glaube ich persönlich auch. Ich habe jetzt auch schon gelesen, 60, 70 Dollar, Allzeithoch diese Woche. Ich will einfach nur realistisch bleiben. Stellt euch einfach darauf ein, nicht, dass es auf 70 Dollar steigt. Und ihr seid enttäuscht, wenn es nicht so ist. Sondern setzt euch einfach ein geringeres Ziel, indem man wieder sagt, okay, der Freitag wird ein neues, höheres Hoch haben. Und das um 3, 4, 5 Dollar. Dementsprechend wird Freitag meines Erachtens auf jeden Fall ein Kampf um die 50 Dollar geben. Wenn nicht, dann sogar 60 Dollar. Und wenn das auch nicht, um die 70 Dollar. Auf jeden Fall, wie gesagt, glaube ich stark, dass wir eine bullische Woche sehen werden. Eine grüne Woche. Klar, sehr volatil, gar keine Frage. Aber es wird ein gewisser Kampf um die 50 Dollar am Freitag geben. Und in diesem Sinne, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend und hoffe, wir hören uns morgen wieder.